Nach einer guten halben Stunde in Führung. Herrlich, wie Karanovic zwei Gegner auf sich zieht und dabei die Übersicht erhält. Lenjani, heute Torschütze, dazu ein Aufgebot für die albanische Nationalmannschaft erhalten. Er ist definitiv im Ruhm. Die gute Laune bei Skippen, weggeblasen, kein Wunder, denn die St. Galler führen zur Halbzeit und haben den Ball irgendwie besser im Griff.